Luigi, warte, rette mich aus der Blase! Danke! Ich bin auf dem Laufband zu Hause! Komm, 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 wir müssen weiter! Oh nein! Das wird heute knifflig! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Maker Super World mit mir und dem Gastmoderator! Hallo! Ihr seht, wir haben ein bisschen die Rollen vertauscht und schon geht's los mit dem Pleasant Park! Genau, heute bin ich trotzdem Mario! Stimmt, die Rollen Mario und Luigi haben wir natürlich nicht getauscht, nur in Sachen Anmoderation! Genau! Was machst du, Mario? Komm, schau, jetzt endlich mal! Oh, und da kommt auch schon der Hinweis! Bitte, bitte abonniere die ganze und lasst einen Daumen hoch da, wie ihr es immer so fleißig tut! Ich glaube, wir sollten jetzt mal wieder die Rollen tauschen! Ich fand's eigentlich ganz schön, dass du so viel gequatscht hast! Ja, meine Lieben, wir sind wieder am Start mit neuer Super Mario Action hier! Es geht wieder rund zur Sache, so oder so ähnlich! Du fliegst schon wieder durch die Gegend! Ja, aber ich finde das Level, also ich habe so das Gefühl, die Welt, die wir haben, ist wieder gut! Also einsteigerfreundlich, genau perfekt für dich! Ja, ich bin schon in der Röhre verschwunden! Einsteigelevel, perfekt für mich! Ich bin inzwischen schon Profi, würde ich doch sagen! Oha! Oha! Guck mal, ich habe den oberen Coin geholt! Und... Was ist denn ein 30er? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet! Ich weiß es auch nicht! So, dann hat's... Doink! Bitteschön! An der Fahne geschüttet! Und weiter geht's! Uh, ein Kooper! So, zack! Wusstest du, dass du die mit den Wirbelsprungen komplett besiegen kannst? Die Koopers? Ja, die Koopers Troopers! Uh, da ist eine Eichel! So, jetzt können wir wieder fliegen! New! Haha! Ich fliege halt mal wieder in den Abgrund! Ja, aber typisch! Und wieder New! So, jetzt gibt es hier aber bestimmt ein paar Items für uns! Ja! Nein! Ja! Doch, ich habe wieder ein Cape! Ein Katzenkostüm! Es ist ein Katzenkostüm! Nein, es ist kein Katzenkostüm! Ja, das ist ein Flughörnchen! Ein Flughörnchen! Woo! Sehr gut! Fuffi geholt! Okay, zack! Kooper besiegt! Ich mache hier gerade meine ersten Flugversuche, siehst du? Ja, endlich übst du das mal! Ja! So, und ins Ziel mit uns! Oh nein! Ich bin drüber geflogen! Warte, 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 warte! Oh, ja! Ja, aber den einen ab noch geholt! Oh boy! Ja! Da kann man nur sagen, oh boy! Aber das erste Level war schon mal super zum Einsteigen heute! Ja, ein gutes, solides Einsteiger-Level! Und dann kommt auch schon das nächste Level! Mal gucken, was es sein wird! Der Titel lautet... Propellerpipes! Ich weiß schon, kein Level für mich! Ich glaube, da wird wieder viel geflogen! Oh nein, der Goomba hat mich gebissen! Pilz nehm ich mal mit! Bis du da bist, ist der Pilz ja schon weg! Ja! Oh! Ja, gut, dass du den Pilz geholt hast! Ja! Das hätte ich jetzt verloren! Achtung, nehm ich mit! Bitte schieß mich nicht ab! Na, ich überleg's mir! Nee! Okay! Alle sagen ja, ich soll freundlicher mit dir sein! Ich will in irgendeine... Hast du meine Rutschpartie gesehen? Ja! Ich hatte gute Angst, dass mich der Cooper Trooper erwischt! Super Trooper! Nein! Schaffst du's? Ja! Down here steht er! Warte, warte! Geh rein, geh rein! Na gut, da bin ich! Achso, ich wollte erst noch ein bisschen Geld einsammeln! Okay! Hey, kaufst du dir nachher was? Ja, ich geh nachher noch shoppen! Wow! Unten ist nur ein Zehner! Hat sich das nicht so gelohnt! Aber gut, dass wir mehr Geld haben, dann kann ich Prinzessin Peach ein neues Kleid kaufen! Warum braucht die ein neues Kleid? Die soll so glücklich sein, dass sie eins besitzt! Ja schon, aber man kann dann auch... Aua! Ich wollte da rein! So, hier gibt's bestimmt wieder einen Helm! Ha! Ich brauch auch einen! Ich hab auch einen! So, jetzt bitte flieg! Lass dich nicht wieder berühren von den Dingern hier! Ich flieg gleich mal aus dem Bild raus! So, und Achtung! 30er, 30er! Den 30er, willst du den? Hol du den! Ja! So! Ich hab ihn geholt! Sehr gut! Und die anderen Münzen? Ja, die hol ich auch noch! Okay! Nur kein Stress! Jetzt haben wir schnell hinterher! Another Power-Up! Da gibt's schon wieder was! Oh nein! Wow, hast du's gesehen? Boah, hier hat er sich gerade noch gerettet! Ja! So! Ein 50er wieder! Und weiter! A nice first level! Dabei war's schon das zweite Level! Da wurde jemand nicht aufgesagt! Das ist doch mal glatt gelaufen! Für unsere Propeller-Boys! Propeller-Boys! Flagpole-Gang! Oh yeah! Oh yeah! Mario Dine! Louis! Was kommt jetzt? Wasser-Level! Ne, noch nicht! Noch nicht! Sorry! Ich war schon eins weiter! Jetzt kommt erst das dritte Level! Mitten im Gras! Im Gras! Mancha-Mountain! Münchner Berg! Der Münchner... Ne, Mancha steht ja für diese... Guck mal, siehst du diese schwarzen Pflanzen da unten? Ah, da ja! Das sind Manchas! Ah, okay! Oh, dankeschön! Das ist aber freundlich! Was steht da? No! Ach, egal! La! Oh, Yoshi! Nimm du! Ich will den! Ja, dann spring aber drauf! Ja, ich bin ja schon dabei! Wieso schubst du den da unten rein? Dem Yoshi, dem kann das nichts anhaben! So, Achtung! Oh! Ich hab's geschafft! Ja, stimmt! Du darfst ja da stehen! Hey, hey! Ja, voll! Das kann er da rein! Und Yoshi verloren! Oh, Mann! Der Yoshi wurde gebissen! Aber das war mal eine witzige Aktion, oder? Ja, total! Das ist super lustig! Normalerweise frisst dein Yoshi immer mich! Jetzt hast du mal erlebt, wie das andersrum ist! Ja, und jetzt merke ich, das ist gar nicht so cool! Ja, gell? Oh! Oh, da ist ein 50er, den hole ich! Wie willst du den bitte holen? Warte! Ich kann dich da runterwerfen! Ich werf dich da jetzt einfach rüber! Toll, toll! Nein, 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 ich geh weg! Komm mal kurz hoch, ich muss dir was sagen! Guck mal! Und tschüss! Hä? Dö, 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 dö! Veräppelt! Ich bin halt nicht mehr so schlecht! Oh, da ist ein Yoshi! Da ist ein Yoshi! Ja, dann nimm du den! Aber sag bitte etwas vorsichtiger! Ja, ich bin vorsichtig! So, ey, aber... Au! So, oh, mein Pilz, mein Pilz! Hör! Wow! Komm, wie die rumspringen! Jetzt hast du den Pilz im Mund! Toll! Was mache ich jetzt mit dem Pilz? Ausspucken oder behalten? Kannst du auch behalten! Hm, die schmecken gut! Oh, nein! Mein Yoshi hätte den Pilz lieber ausspucken sollen! Vorsicht, vorsicht, fliegende Goombas! Ohne Flügel! So! Luigi! Mein bester Freund! So! Ich fahre da ein bisschen Geld ein! Oh, da ist ein... Warte, 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 ganz kurz! Oh! Laufen wir nicht hinterher! 30, 30! So, und ab ins Ziel! Das war jetzt nicht so ein schöner Sprung von mir! Aber du hast immerhin die Luigi-Flagge gesichert! Das stimmt! Sehr, sehr stark! Level beendet! Was wartet jetzt auf uns? Ach, das Wasserlevel! Oh, nein! Wasserlevel sind oftmals knifflig! Knifflig! Finde ich! Findest du nicht? Hm, weiß ich nicht! Okay, bist du bereit? Kommt drauf an, wie sie gestaltet sind! Äh... Los geht's! Ja! Ja, ich bin mir noch nicht so sicher! Mushroom Creek! Ich muss meine Schwimmflügel noch suchen! Aber hier gibt es gar kein Wasser irgendwie! Oh, doch! Vielleicht da unten! Und ich komm mit! Jetzt wird's spannend! Oh, wie schön! Wünschen sammeln! Schau dir mal die ganzen Korallen an! Oh, im Hintergrund ist ein richtig dicker Fisch! Siehst du den? Sieht aus... Ah, da, ja! Ja, da war es irgendwo einer! Sieht aus wie Ägypten! Oh, nein! Ägypten? Ja! Und wo genau? Oh, in Urgada! Oh! Schön! Weil du zu dick warst mit deinem Kot! Natürlich! So, Flubber, Maschung, Gang! So, holt ihr den bitte? Ja, ich... Jetzt! So, okay! Jetzt mit vereinten Kräften geht es hier mit Feuerkraft weiter! Wow! So, holst du die oder soll ich? Wir! Okay, ach doch! Oh, nein! Aber hey, ich habe vollen Einsatz gezeigt! Ja, da hätten wir uns besser aufteilen müssen! Dass wir sagen, einer geht runter und der andere schwimmt weiter! Ja, nicht so schlimm! So, ich gehe hoch! Du mal unten! Ich kann wenigstens alle abschießen! Oh, oh, oh! So! Oh, ein Tienenfiech! So, nein! Was ist eigentlich Ziel des Spiels hier? Ja, Prinzessin Peach zu retten! Nein, ich meine Ziel des Levels! Was ist das hier? Einfach durchkommen! Einfach durchkommen! Ja, stimmt! Das ist für mich manchmal schon Aufgabe genug! Wer findet eigentlich diese Wasserwelt schön? Schreibt es doch mal in die Kommentare! Die ist vielleicht schön! Ja, oder? Aber irgendwie... Ja! Die ist doch sehr kreativ gemacht! So ein Wasserlevel würde ich auch gerne mal bauen! Da oben ist eine große Münze! Ja, ja, Achtung, Achtung! Aber da sind so viele Fische oben! Willst du? Natürlich! Gut! Wow! Du bist echt gut! Ja, Dankeschön! Woher hast du deine ganzen Tricks? Ich bin die Tricks richtig gegriffen! Was ist ein Fischburger? Irgendwas war da gezeichnet! Fischpommes oder was? Fischenchips! Fischenchips! Ja, stimmt! Fischenchips macht Sinn! Boah, da hier oben ist eine Röhre! Da gehen wir rein! Da gehen wir rein! Mal gucken, was es da zu entdecken gibt! Guck mal, was sind das für lustige Bilder? Ich will es auch nicht! So, und tschüss! Ich gehe noch! Ja, komm mal mit! Ja, ich komme ja schon mal! Bonus, Bonus, Bonus! Oh, nee! Was will ich mit ein bisschen mehr Geld? Kann ich mir auch nichts verkaufen! Ja, sonst bist du immer diejenige, die hier das ganze Geld sammelt im Spiel! Ja! So, Achtung! Und zwar! So, so! Nein! Okay! Lass uns weg! Das bringt dir nichts weg! Immer bist du der Bestimmer! Ja, irgendeiner muss ein bisschen die Führungsposition einnehmen! Die Hosen anhaben! So! Guck, wie süß du schwimmst! Du, 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 du! Ja! So, Achtung, Achtung, Fische! Setz bitte deine Feuerbälle auch ein! Ja, gut! Hast zwar nicht getroffen, aber gut! Ich komme! Also, was gibt es jetzt da drin? Ich dachte, wir gehen raus! Siehst du? Hm, ja, ich dachte, vielleicht geht es da noch im Wasser weit! Oh, nö! So, ich schmeiße die auf den Schieb! Schieb! Deine Ziel... Münzen, yeah, ich komme! Uh, gerade noch rechtzeitig! Deine Zielgenauigkeit war auch nicht so! Wie bitte? Wie bitte? Ja, die war schon mal besser! Also, ich darf doch bitten, Madame! Level beendet! Oh, kommt jetzt schon ins Schloss? Ja! Oh, und wer wartet da? Und dann haben wir Welt 1 durch! Keine Ahnung! Hans-Peter! Der Hans-Peter kommt jetzt... Nee, ich sag Iggy! Larry! Oh, Larry! Larrys Lava-Lake! Was? Lake! Ach so! Lauf doch! Ja, ja, warte, warte! Hier ist ein Bunsenbrenner! Brenner ist... Ist der schon Silvester? Komm, komm! Oh! Ja, sag doch nicht, komm! Ich höre doch immer aufs Wort! Ja, du musst doch gucken, wie das Bewegungsmuster der einzelnen Gegner aussieht! Ja, okay! So, okay, zack, runter mit uns! Okay! Gegen die Zeit stand da! Ja? Wir haben genug Zeit, schau mal rechts oben! Ja, kann ich noch ein paar Mal baden gehen? Theoretisch schon! So, Vorsicht! Feuerbälle, Feuerbälle! Einmal hier rüber! Mann, die Lava steigt! Ja, deswegen müssen wir vorsichtig sein! So, was steht da? Ten-Bagger-Gang-Gang! Hast du gesehen? Ich war ein Fakir, ich bin durchs Feuer gegangen! Was warst du? Ein Fakir! Was ist ein Fakir? Das sind die Menschen, die sich auch auf so Nagelbretter und so legen können! Echt? Ja! Würde ich mich niemals trauen! Ja! Toll! Wow, gerade noch rechtzeitig raus! Hey, aber sei froh, du hast für uns die Zehner-Münze geholt! Stimmt! Dü, 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 dü! So! Ja, dann lauf doch langsamer! Ich dachte, ich laufe jetzt mal schneller! So! Und weiter geht's! Da ist bestimmt Power-Up! Ja, wusste ich's doch! Toll! Toll, 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 toll! Komm mit! Und dann müssen wir schnell hier durch! Ja, ich will die Blume! Ja, du bist hier weiter nach rechts, genau! Yay! So, jetzt rüber! Komm, komm schnell, schnell, schnell! Okay, okay, okay! Warte! Oh, Mann! Guck mal, wie gefährlich das da ist! Jetzt! Toll! Jetzt schnell, ruhig! Jetzt hab ich keine Lust mehr! Komm jetzt! Ja, warte, da ist kein Feuer! Komm, 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 hab ich gesagt! So, 30er Gang! Willst du sie holen? Ich hol sie! Bist du sicher? Ja! Ich glaub, vielleicht... Ah, okay! Ich hol sie! Weißt du was? Mach, was du denkst! Dü, dü, dü! Ja, aber du musst da auch rauskommen! Ja! Gott sei Dank! Ja! Oh Gott! Oh, nein! Oh Gott! Oh Gott! Das ist dein Spruch! Oh Gott! Weiter geht's! So, was hab ich hier schönes? Power-Ups! Dankeschön, dankeschön! So, weiter geht's! Lauf doch mal! Super Mario Brothers sind wieder am Start! So! Ich glaub, du schaffst es durch! Natürlich! Renn! Du spazierst! Au, lieber! Aber ich hab's geschafft! Okay, wo ist das Ziel? Warte, warte! Wir suchen das Ziel! Wir suchen Larry! Larry Cooper! Wir haben meine Mütze verbrannt! Wo ist Larry Cooper? Au, nochmal! Komm, beeil dich jetzt! Ja, ich komm hier schon! So, wir sind immer noch nicht ganz am Ziel! Ein kleines bisschen noch! Einmal die Fahne geschüttelt! Au! Und wir haben uns beide getroffen! Na, schön! Dank auch! Toll, ich muss da jetzt hoch! Ich muss da gar nicht hoch! Warte, warte, warte! Ich hol's dir! Zack! So! Och, nee! Nimm du, nimm du, nimm du! Komm! Dankeschön! Warte, geht's! Ab durch die Tür! Ja, warte! Pass auf, pass auf! Ja! So, jetzt schnell! Okay! Puh! Und Larry! Du machst ihn platt, okay? Immer ich! Okay, ich mach ihn platt! So, ein Treffer! Toll! Bist du dran! Und denk an den Spin-Jump! Ja! Hier kommt noch ein bisschen Feuer! Oh, Larry! So, wieder ein Treffer! Kommen wir zurück! Perfekt! Bist vorsichtig! Lass dich hier nicht lumpen! Vom alten Lumpen! Ich hab den Schlüssel! Ich hatte den Schlüssel! Danke, dass du den Schlüssel für mich besorgt hast! Dann hab ich geopfert! Na, sag das doch nicht so! Das war schon gut! Ja, okay! Ich bin nur der arme Kapitän! Warte, komm! Ab ins Ziel mit dir! Nein! Heise Füße für Mario! Dann heißt das Bart wohl eher! Eine Fangopackung! Okay! Jetzt geht der Spaß aber in der nächsten Welt weiter! Was wird die nächste Welt sein? Was schätzt du? Lava! Ich sag Schnee! Okay! Schnee, Schnee, Schnee! Schnee, Eis und Schnee! Wüste! Die Wüste! Ihr könnt übrigens immer miträtseln, wenn wir auch rätseln, was die nächste Welt sein könnte! Pocky! Caverns! Das ist dieser Kaktus mit den Katzenohren! Ja! Ja, aber guck mal, Katzenohren hat das Ding jetzt nicht! Ja, jetzt sieht man das endlich mal richtig! Jetzt sieht man das mal endlich richtig! Weiter geht's! So! So! Vorsicht, Vorsicht! Wow! 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 Was machst du für Sachen hier? Wir sind Kamikaze! Kamikaze! Kaktus Kamikaze! Kaka! 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 So, mal schnell weiter! Mit der Feuerblume ist... Das wächst ja nach, das Ding! Achtung, Achtung, das wächst! Ja, ich hab so ein Feuerbälle, alles gut! Ja, ich hatte doch auch welche! Ich konnte es nicht besiegen, du schon! Tja, manchmal muss eben Luigi anspärchen! Ich wünschte, ich wär so gut wie du! Du bist so gut wie ich! Danke, King! Komm, wir gehen da runter! Okay! Da gibt's was zu entdecken! Ja! Wow! Wir haben noch genug Abenteuer! Ähm... Lauf jetzt! Warte mal, ich hab grad überlegt, wie wir da hochkommen! Eigentlich nur, wenn... Was machst du? Ja, ich komm da nicht hoch! Das war nämlich ursprünglich mein Plan! Weißt du? Ja, manchmal geht der Plan nicht auf! Ja, wenn du mir alles kaputt machst! Wie mach ich dir dir alles kaputt? Na gut, dann... Muss ich da wohl raus! Ja, wohl oder übe! So, nächster Bereich! Schön, schön mit den Pockis! Immer wieder vorbei! Ah, da kommen wir nicht durch! Hm, 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 hm! Du hast doch... So, jetzt! Toll! Nein, so muss es laufen hier! Ja, ja! Oh, warte, 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 warte! Jetzt! Okay, wir können weiter! Ist da noch was? Nee, tschüss! 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 Ich komm ganz, also die Level sind schon sehr ausführlich gebaut, finde ich! Findest du nicht auch? Also, die sind groß, nicht klein! Oh, was endet das denn nicht? Jetzt! Dann mal weiter mit uns! Volle Kraft voraus! Eine Flagge! Eine Flagge! Du bist einfach drüber gesprungen! Ja, ich dachte, du kannst dich mal schütteln! Natürlich! Du hast sie nicht gesehen, sei ehrlich! Nein! Bin ehrlich und ich hab sie gesehen! Fisch-Bones! Guck mal! Da kommt man nur durch, wenn man eine Feuerblume hat! Schlau, schlau, schlau! I love this! Shanta! Und was? Oh, Achtung! Das ist gefährlich! So wie ich dich kenne, springst du gleich in den Abgrund! Ich beweis dir jetzt das Gegenteil! Da bin ich mal gespannt! Oh, Mann! Aber du bist trotzdem besser geworden! Ja, wie geht's jetzt, man die Rühre? Warte, ein Abgängen! Ein Abgängen! Guck mal! Ha! Wow! Toll! Ein Pilz hat mir gefehlt! Tja! 30er! Warte, ich hol noch die Münzen! Hier gibt es schon viele Feuerblumen in dem Level, oder? Ja, die braucht man auch, um die Katzen-Kakteen zu zerstören! Ja, das ist wohl wahr! Wenn du keine Feuerblumen möchtest, nehme ich zwei! So! Was haben wir da oben Schönes? Münzen! Münzen, Münzen, Münzen ohne Ende! Warte mal, vielleicht gibt's da noch mehr! Nein, da willst du mal nicht warten! Ja, du bist doch gelaufen und hast mich geschoben! Nein, du bist selber gelaufen! Ich hab dich nicht geschoben! Jetzt guck, du schiebst mich! Ja! So, na gut! Up in sea with us! Wir haben leider beide kein Ein-Up bekommen! Schade! Mario Time! Guck mal, wie viele Fossilien da unten waren, hast du die gesehen? Fossilien, ne! Ammonitas und Kabuto! Bitte? Ammonitas, Kabuto und Aerodaktyl! Ah ja, okay! Nächste Welt! Treibsand! Treibsand! Oh! Und das Level heißt Dry Donut Desert! Hm, da gibt's Donuts für du Edi! Aber trockene... Wie trockene? Trockene Donutwüste! Das sind doch Vanille Donuts! Vanille Kipfel! 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 Nee, das ist ja was anderes! Kipfel! Vanille Kipfel! So, komm, komm, lass in Ruhe den kleinen Knochen trocken! Okay! Oh, da gibt's aber viele Knochen trocken! Knochen Jochen 1! Knochen Jochen! Knochen 2! Wie sollen wir da durch, Madame? Oh, ja toll! Was ist passiert? Ja, wenn ich in einer Blase wieder auftauche... Ja, du musst ein bisschen besser aufpassen! Bisschen! Ja! So, den hab ich erlebt! Ja! Uiuiui! Wow! Danke für deinen Kopf! Er ist immer super als Trampolin! Hast du's gesehen? Nein! Hab ich definitiv... Wir alle haben's gesehen, wie gut du gerade gesprungen bist! Ja, das reicht! Oh, dankeschön! Toll! Dummer Knochen... Trocken Jochen! Da heißt Knochen trocken! Aber wir nennen ihn ja seit kurzem Knochen Jochen! So, und Stammfattacke! Gut! Dann gehen wir da mal rein! Ich will aber lieber weiter! Ich will mal gucken, was da unten Schönes gibt! Vielleicht gibt es da ein kleines... Oh, ein Helm! Ne, warte mal! Da kann man sich reinsetzen! Toll! Ja, du verlierst es doch gleich! Wie? Hallo? Das stimmt gar nicht! Ich glaube, alle können bezeugen, dass du in wenigen Minuten gleich wieder in den Abgrund fällst! Nein! Und da du ja immer sonst alles bekommst, dass du ja von auch Yoshi bekommst, kriege ich jetzt mal dieses Skateboard! Das ist ein Skateboard! Ne, um... Und... Piu, piu! Oh! Weil du immer alles verlierst in ein paar Minuten, kriege ich dieses Mal! Ja, okay! Na gut, dann habe ich wohl auch mal was verloren! Egal! Ein Ab! Da oben, da oben! Da muss ich hoch! So! Ich habe die Feuerwehr! Ja, ich habe eh schon eine! So! Entschuldigung! Entschuldigung! So, nach oben! Da oben scheint irgendwo eine ab zu sein! Ja, 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 ja! Ja, ja! So! Ich gehe das mal kurz holen! Da habe ich doch schon! Du hast es nicht mitbekommen! Nein! Das hast du blim, blim gemacht! Nein, habe ich nicht mitbekommen! Blim, blim! Kannst du auch... Blim, blim! Blim, blim! Blim, blim! Wow, ich habe den Knochen drauf und geküsst! Du küsst immer den Gegner! Ich weiß auch nicht! So! Wow! Oh nein! Weil du auf meinen Kopf gesprungen bist! Schieb die Schuld immer auf mich! Guck, was war das jetzt? Natürlich, lass mich raten, ich bin schuld, oder? Nein! Da bin ich jetzt schuld! Oh, oh, oh! Die Münzen hole ich mir! Super! Super! Schade! Das ging wohl schief! Mächtig schief! Weiter geht's! Weiter geht's! Tschüss! Tschüss! Was haben wir hier unnachschönes? Gesundheit! Danke, Shane! Ich glaube, ich habe meine Erkältung eingefangen! Nein, Quatsch! Du hast genug Gemüse! Ich glaube nicht, dass du eine Erkältung bekommst! Komm hier rüber! Aus meinem einen Garten! Echt? Ja, Luigi und sein Gärtner auch! Hat er auch einen Garten! So, ich habe das jetzt eher auf die Realität bezogen! Okay, komm! Luigi, spring mich nach oben! Ich spring dich nach oben! Kann man das so sagen? Nein, katapultiere mich nach oben! Aber ich bin ja... Du bist gesprungen und ich bin auf dir gesprungen! Also spring mich nach oben geht das echt nicht! Ich glaube nicht! Okay! Das heißt... Und hält sich dabei die Ohren zu! Ich glaube, ich darf nochmal in den Deutschunterricht! So, was soll's? Wir haben jetzt die Vlogger erreicht! Und... Wow! Wir haben zwei Abs! Da können wir mächtig stolz auf uns sein! Und mach ich jetzt weg! Tschüss! 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 Bis bald! 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 Was war der größte Kranz? Mut! Hä? Hä? Kranz Mut? Windy Way! Windy Way! So ein Weihnachtskranz ist ja auch was Schönes! Keine Ahnung, warum ich jetzt draufkomme! Ja! Was haben wir hier Schienes? Ich hatte dieses Jahr schon einen gebastelt! Hast du einen gebastelt? Ja! Und? Ein Weihnachtskranz! Ist der dir denn gelungen? Auf jeden Fall! Wer von euch hat auch einen Weihnachtskranz? Einmal runtergeweht worden! Oder Adventskranz heißt es ja richtig! Adventskrinseli! Ich habe es mit dem Wind nicht so ganz. Ja, das ist auch schwierig hier zu längen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da muss man sich schon konzentrieren. Komm, komm, wir schaffen das. Nur nicht aufgeben, bitte. Nein, das mache ich nicht. Du bist doch Ronald McDonald. Toll, ich wurde in die weite Welt geweht. Ja, echt? So, Vorsicht. Boah, hast du gesehen? Ja, du bist ein Profi. Ich bin ein Windsurfer. Ein Windsurfer. Und eine Eichel. Mit dieser Eichel bringe ich uns voran. Auf jeden Fall. So. Oh nein. Ja, der Wind ist nicht so für dich da sein. Und Achtung, jetzt komme ich. So. Vorsichtig darüber. Oh, ich dachte gerade, das wäre so ein Riesen-Yoshi. Aber es war ja ein Koopa. Toll. Weiter geht's. Ich muss mich hier erst noch ein bisschen eingrooven. Ich will, der rote Pilz gefällt mir. Ich will da nicht runter. Komm. Ja, ich habe dich doch gerade schon befreit. Wir schaffen das schon. Toll. Toll, toll, toll. Du hast mich zum zweiten Mal in der Luft befreit. Ich entschuldige. Ja. Ja, ich habe jetzt nur darauf geachtet, dass ich irgendwie sicher auf die andere Seite komme. Ja. Also entschuldige, wenn das nicht so geklappt hat, wie du dir das erhofft hattest. Ja. Ja. Ja, lass mir Eichel. Ja, ja, ja. Ich will dich haben. Ja, ich habe auch ein Kostüm. Ja, hast du? Ja. Cool. Bei dir läuft es ja richtig gut. Ahem. Das verbitte ich mir. Die hole ich mir. Was soll der? This checkpoint? Bla, bla, bla. Oh. Das tut mir. Das ging jetzt mächtig schief. Einfach direkt abgestürzt. Okay. Was soll's? Konzentrieren wir uns noch einmal. Eieieiei. Es tut mir mächtig leid. Ja. Hier geht alles. Oh. Und du läufst direkt in den Koopa rein. Ich wurde in den Koopa-Nei-Blase. Okay. So. Halt dich fest. Irgendwo. Nimm die Eichel mit. Dann kannst du wieder fliegen als Flughörnchen. Okay. Oder vielleicht auch nicht. Ach du. Warum schiebst du mich denn runter? Ja. Der Wind schiebt mich. Ja. Aber dann spring doch ein bisschen rum. So. Weg mit dir. Oh. Ich habe eine Taktik gefunden. Koopa-Panzer. Sag mal Koopa-Panzer. Koopa-Panzer. Ich slide rückwärts und springe richtig auf. Und da oben Eichel. Eichel hol sie dir. Sehr gut. Yay. Jetzt kannst du wieder fliegen. Yay. Aber gegen den Wind ist das schwierig. Komm, du schaffst das. Hey, du bist jetzt ziemlich gut. Ja. Ich habe eine Taktik gefunden, die mir mehr zusagt. Eigentlich kannst du stehen bleiben und einfach im richtigen Moment springen. So. Das ist meine Taktik. Oh, Münzen, Münzen, Münzen. Warte, warte. Oh. Oh nein. Oh. Ich bin gerade noch ausgewichen. Und ab ins Ziel. Nein. Warte auf mich. Nein. Oh. Der Wind war zu stark. Ich gehe schon mal. Das war wohl nicht so toll für mich. Passiert. Aber gut. Noch ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Noch ist nicht alle Tage abends. So heißt das Sprichwort. Nee, nee. Das ist ein Sprichwort von Pink Panther. Ach so. Pink Panther. Pink Panther. Sunblitz Sands. Oh. Sandstürme. This is super complicated. Be careful. Okay, okay, okay. Pilz ist gesichert. Zumindest für dich. Aber das passt schon. Noch die Sonne. Im Hintergrund ist wieder so ein... Sonne. Sonne. So eine Tortenpyramide. Schoko-Torte. Schoko-Sahne-Torte. Im Hintergrund. Ich habe Angst. So. Okay, vorsichtig. Was sind das für Kumbas eigentlich? Oh, wieder volle Kanne rein. Teppich-Törtchen. So. Nein. Oh, zum Glück bist du da. Sonst hätten wir jetzt ein richtig dickes Problem gehabt. Egal. Oh nein. Oh, warum läuft es jetzt so schnell? Oh, nein. Danke für nichts. Oh, Priscilla-Hel. Ich wollte uns die Zehner holen. Ja, war doch gut oder nicht? Nee. Du hast mich nämlich mitgezogen. Ja, jetzt schiebst du wieder die Schuld auf mich. Ja, war so. Ja, du musst... Guck mal, siehst du den Kaktus da unten? Der ist ja süß. Lenk nicht ab. Nee, aber ich wollte nur damit sagen, das kann auch... Den habe ich nicht kommen sehen, den Kollege. Hatte ich jetzt auch gesagt. So, vorsichtig. Guck mal, noch mehr Kakteen. So schön. Ja. Habt ihr einen Kaktus zu Hause? Nein. Also, ich habe keinen. Du hast auch keinen? Nein. Vielleicht aber die Katzenfreunde, die hier zuschauen. Habt ihr einen Kaktus? Und wenn ihr habt, pflegt ihr diesen auch? Kakteen muss man kaum pflegen. Ja, aber ab und zu schon. Ab und zu. Die brauchen zwar nicht so viel Wasser wie viele andere Pflanzen, aber die brauchen auch mal was. Ja. So wie du. Du brauchst auch Wasser. Ja, stimmt. Und Zuwendung, wie gesagt. Ja. Oh, da ist ein Fähnchen zum Schütteln. Ja, nimm es mit, nimm es mit und räume die. Okay, hinterher. Wo sind wir jetzt? Nächster Bereich. Nächste Herausforderung. Nächste Sonne vor allem. Ja, die Sonnen, die mag ich gar nicht. Ja, die machen immer so einen Sonnenfall. Vor allem ist diese Sonne auch echt nicht schön, finde ich. Nicht schön? Nee. Nee, ich auch nicht. Die sieht eher so aus wie, äh, uh, 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 der Goomba. Wie der Goomba? Welcher Goomba? Nein, der sieht eher so aus wie aus so einer, weiß ich nicht, indischen Mythologie oder so ähnlich. Weißt du, was ich meine? So, wo im Orient. Nein, von der Maya-Kultur. Ach so, oder so. Oder? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall so ein bisschen orientalisch. Was haben die Goombas auf dem Kopf? Sind das Haare oder was ist das Schwarze? Sicher? Natürlich. Oder ist das so eine... Aus einem macht zwei. So eine Autobremse. Irgendwas hat er da auf dem Kopf. Autobremse? Ja. Ein Lande... Uh, eine Lande, ähm, Fläche für uns. Ja? Ja, wenn wir den auf dem Kopf springen. Okay. Oh nein, der Goomba. Willst du einen Propeller-Alm haben? Ja, ich bin in der Blase. Hol mich mal lieber aus der Blase raus. Okay, bitteschön. Dankeschön. So. Münzen holen. Ich geh weiter für uns. Toll, ja. Oh, Goomba, Goomba, Goomba. Deshalb konnte ich die Dicken nicht holen. So, Sonne. Soll ich dich rüberwerfen? Nee, ne? Nee. Aber lustig wäre es. So, nochmal. Ai, ai, ai. Das war knapp. Ich dachte, dass du dich jetzt treffen lässt. So, zack, wow. Hast du das gesehen? Oh, Spatzi. Eine Schraube in der Luft gemacht. Uh, da hat mich fast die Sonne gekiesst. So, nochmal rüber. Also das Level zieht sich echt extrem. Oh Mann. Gell? Ja. Diese Goombas. Lauf, lauf, Mario, lauf. Wir laufen schon. Glaubst du, wir schaffen es zu einem 50er? Ich will es versuchen. Ich will es versuchen. Achtung. Ja, ja, ja. Nein, wenn. Ja. Okay. Schafft. Wir haben noch den 50er geholt. Oh, das ist sie. Ja. Zack. Ich habe einen abgeholt. Du bist mal wieder besser als ich. Und tschüss. Tschüss. Gut. Gut. Congratulations. So. Wo geht das hin? Ist es jetzt schon ins Schloss? Ja. Schloss Level. Ich sage Morten. Morten, glaubst du? Oder Bowser. Ich sage Roy. Roy. Lemmy. Lemmy, der Gute. Der Zirkus-Lemmy-Boy. Wusstest du, dass Lemmy Cooper die jüngste von allen ist? Lemmy Cooper? Ja. Echt? Und der älteste, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, die steigt ja die Lava. Ich glaube, der älteste Cooper ist Ludwig. Ja? Glaube ich. Okay. So. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen... Und Morten und Roy sind, glaube ich, Zwillinge. Roy und Morten? Glaube ich. Sieht gar nicht so aus. Nicht so. Noch beide sehr massiv. Was? Die sind beide männlich, deshalb sind sie Zwillinge. Ich habe nicht gesagt männlich, sehr massiv. Ja, das war ungefähr so der Vergleich. Natürlich. Es gibt vielleicht auch massive Frauen. Massive Männer, massive Frauen. Genauso wie es dünne Frauen und dünne Männer gibt. Ja. Egal. Wir haben es zerredet. Oder Kleider und große Männer und Frauen. Wir haben es zerredet. Konzentrier dich lieber. Ja, ich meine ja nur. Man kann ja nicht pauschalisieren, sondern es gibt von jedem Menschen jede... Lass mich doch in Frieden. Okay, lauf du mal weiter. Ja. Ja, Mann. Lauf, 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 lauf. Oh. Man muss nur so einen Stress machen. Also gibt es hier Lava? Ich weiß es nicht. Nee. Lava, Lava, Super Lava. Jetzt muss ich mich hier konzentrieren. Sing mir jetzt nicht die Ohren voll. Achtung, spring. Sehr gut. Achtung, der kommt gleich runter. Nein. Ich wollte einen Drehsprung machen. Ach. Manchmal tut es im Herzen weh, wenn ich sehe, wie du springst. Oha. Nein. Ich meine das... Manchmal tut es im Herzen weh, wenn ich sehe, wie du in den Stein reinläufst. Hast du gesehen, dass du mich da gerade reingedrückt hast? Nein. Au. Das kann dir jeder in den Kommentaren bezeugen. Nein, gar nicht. Du willst wieder nicht wahrhaben. Nein. Nein, gar nicht. Nein. Ich weiß nicht. Spulen wir zurück. Okay. Ja, ihr könnt zurückspulen. Wir können das jetzt nicht. Aber wir können das, wenn wir das Video schneiden, dann mal... Wir können an die Stelle mal zurückspulen. Hm, okay. So. Oh. Tja. Da sage ich zum Beispiel nicht, dass es deine Schuld war. Wie würde meine Oma jetzt sagen, Übermut tut selten gut. Ja, es gibt heiße Löffel, sage ich. Heiße Löffel. Das ist ein Spruch von deiner Oma. Ja. Achtung. Oh, wir müssen da hoch. Auf seinen Kopf. Das ist ein Trampoline. Ui, ui, ui. Den habe ich nicht gesehen, den Stein. Nein. So, kein Problem. Ich mache das doch für dich. Mensch, Luigi, mein Freund. Warte kurz. Ich hole dir ein Power-Up. Da sind bestimmt Power-Ups drin. Ah ja, super. Super. Ein Floghörnchen. Okay, jetzt können wir hoch. Ich warte oben auf dich. So, perfekt. Und rüber mit dir. Oh. So. Dankeschön für das Trampolin. Danke für deinen Kopf. Ich habe es aber auch geschafft. Oh, jetzt kommen wieder diese heraus. Herausforderung hier. Achtung, Achtung. Ganz viele Steine, die kreuz- und querschießen. Autsch. So schnell da hoch, da hoch, da hoch. Nein. Ja. Und du stehst da mittendrin? Du hast echt gar keine Angst, oder? Nee. Ich bin ein tollkühner Held. Du bist Captain Baloo. Hä? Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Oh nein. Oh, oh. Da bin ich jetzt echt... Hu, 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 hu. Überfordert. Boah, aber danke, dass du gewartet hast. Ja, auf dich. Ja, 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 ja. Boah, man hat ja nur ein Trampolin auf dem Kopf. Irgendwas ist da mächtig vor, wenn du mich fragst. Oh. Oh, da ist der Rest. Und was ist da oben? Da haben wir Platz. Ich will auch. Warte, warte. Ich will wissen, was da oben ist. Da oben kann man weiter. Ja, ich gehe da schon mal. Ja, ich gehe rechts gucken, okay? Okay, warte. Ich komme lieber mit. Nee, nee, nee. Geh du schon da rüber. Okay, okay. Du bist der Boss. Ich bin nur der Armee Kapitän. Ja, komm, Armee Kapitän. So. Oh, ja, ja, ja. Okay. Okay. Vergessen wir das. Vielleicht sollten wir doch einfach... Ich dachte, ich komme da mit dem Wandsprung hoch. Nee, warte, 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 warte. Manchmal solltest du nicht zu viel denken. Ich will es nochmal versuchen. Okay. Ähm, geht das mit dem Spin-Jump? Weiß ich gar nicht. Ja. Probier es aber so wieder. Ja, so geht es. Ja, 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 ja. Ich will da rein. Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein. Okay. Keine Ahnung, wo wir jetzt landen. Ich habe ein bisschen Geld gesammelt. Ja? Ja. Oh, extra Bereich. Für Weihnachtsgeschenke. Ah, nicht schlecht. So. Boah. Ah, kriege ich dich da hoch. Warte, warte, warte. Ich werfe dich, wenn der unten ist. Oder so. Machen wir es lieber so. Ja. Okay. Und rein mit uns. Ja, warte auf mich. Ja, ich glaube, du schaust es leider nicht ganz. Mmh. Oh, jetzt sind wir hier. Hat sich ja gar nicht so richtig gelohnt. Ja gut, aber den 50er konnten wir uns zumindest holen. Ja. Das habe ich nämlich schon alles eingesammelt hier oben. Ah, ja. Achtung, nochmal gleiches Rätsel wie vorhin. Auch hier wieder vorsichtig sein. So. Wow. Zu spät. Du kleiner, mutiger Bruder. Und wieder zu spät. Du bist einfach zu mutig. Ja. Aber Mut ist toll. Genauso wichtig ist es aber, gewöhnlich zu sein. Oh, 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 oh. So. Geh du mal durch die Röhre, wobei ich komme dir hinterher. Tschüss und dass du vor mir durch eine Röhre kommst. Ja. Ich bin schwer begeistert. Wo ist der gute alte Lemmy? Ja, auf den warte ich auch schon die ganze Zeit. Warte mal, warte mal, komm kurz zurück. Da gibt es bestimmt Power-Ups. Ganz kurz. Ja, habe ich es doch gesagt. Ja, nimm beide Eichel mit. Schönen Dank auch. Warte, warte, ich will das noch holen. Okay. So viel mehr gibt es da wahrscheinlich nicht. Oh. Ich habe noch zwei Ups mitgenommen. Sehr gut. Ja. Auf dich ist eben verlassen. Lemmy. Hallo, hallo, hallo. Ich bin immer noch ein Freund von seiner Frisur. Nein. So, warte, 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 warte. Was ist das für ein dummes... So. Und Treffer Nummer eins. Oh nein, oh nein. Treffer Nummer zwei folgt zugleich. Oh, Teppichtörtchen. Und... So, perfekt. Du bist zu gut. Oh. Da hat er dich in den Popo gepiekt. Na, warte. Das wird er mir büßen. Ja. Okay, letzter Treffer. Komm, 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 komm. Du schaffst... Da, okay. Ich mache das schon. Ich muss nur an den Bällen vorbei. Okay. Das war aber auch knapp. Ja. Da hat nur ein gezielter Sprung mein Leben gerettet. Und tschüss, Luigi. Auf Wiedersehen. Oh. Ja, das war der Dank, weil du mir gerade im Kampf so gut geholfen hast. Nicht. Oha. Aber vorher bist du baden gegangen. Das ist nur gerecht, dass ich jetzt baden gehe. Ja, ich wollte mal baden gehen. Ja. Und so ein warmes Bad ist auch mal was Gutes. Ja, du hast auch schon längere Zeit nicht mehr geduscht. Was? Man hat gerochen. Ja, ja, ja. Na, schönen Dank auch. Na, schönen Dank auch. Welt 3. Es ist eine Schneewelt. Oh. Ja, und hier wird es auf jeden Fall in der nächsten Folge mit uns spannend weitergehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzen-Symbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Community. Na dann, bleibt wie immer Katztastisch. Miam, miam, miam. Miam.